Hallo NES Freunde und NES Freunden, ich zocke alle NES Games dieser Welt von A bis Z und ich bin bei H und spiele deswegen Heavy Barrel. Mal schauen. Spiel sagt man nicht, ich glaube ich habe es noch nie gezockt. Ich bin mir nicht sicher, oft kann man sich nicht so gut erinnern, aber bei dem Spiel glaube ich, dass ich es noch nie gezockt habe. Mal schauen. Ich lerne sozusagen, wie so oft, mit euch kennen. Mission Destroy Enemies. Klare Aussage, Eisblatt machen. Was ist das? Was fliegt da rum? Mit dem Fallschirm abgesprungen. Was ist das? Ah, Granaten gibt es auch. Okay. Habe ich auch genug unendlich Granaten? Das ist die Frage. Schauen wir mal, sieht ihr irgendwas? Ja, ich habe nicht unendlich Granaten. Okay, ich habe nur 35. Okay, aber du sparsst immer mit den Granaten umgehen. So, da. Uah. Man hat das Recht aufsammeln. Ist das schönes hier? Ah, yeah. Einfach Dauerfeuer. Wow. Einfach nur Dauerfeuer. Bringt es nichts. Nein, ich steuere mit diesem Querschießen ist ein bisschen. Wow. Okay, da geht es weiter. Wow. Hey, was soll das? Das war ich noch nicht in der Hitbox drin. Nein, 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 nein. Wo kann man sich irren? Sammeln hier alles auf. Was ist das da? Ist das eine Miene? Nein. Keine Ahnung, was das war. Aber mit dem Zeug bin ich ziemlich... Wow. Was ist denn das? Das ist ein Flammenwerfer. Oh, Mann, oh, Mann. Ganz schön brutal. Ganz schön brutal für den NESG. Ja, ist ein Arcade-Spiel, was ich so gelesen habe. Überraschung, Überraschung. Ähm. Ja, oh, ist das mit dem Flammenwerfer gegen Hubschrauber? Wow. Das Cover schaut super aus, finde ich. Kann ich es nicht einsammeln? Wieso nicht? Okay, da nicht. Es schaut aus, als würden sie in Pyjama rumrennen. Ja, ich weiß, es ist ein Tannenanzug, aber es schaut trotzdem aus, wenn wir in Pyjama. Wow. Ah, ich bin doch noch in den Schuss reingelaufen. Mit eine Bombe hinauf. Nein. Bringt das was? Nein. Okay, was die Bomben bringen, irgendwie bringt es irgendwie nicht so. Sind zu langsam. Wow, er ist... Er spawnt und schießt genau in die Richtung, in der ich stehe, natürlich. Das ist ein bisschen ein Jammer. Ah, das sind Schlüsseln. Jetzt schreck ich es. Ah, der... Gegner kommt natürlich genau dort, wo ich stehe. Die Gegner spawnen Schlüssel, und mit denen kann ich dann Zeug aufsammeln. Okay. Glaubt ihr die auch noch rechts gehen können? Hm. Wow. Weil da ist so quer... Draufhauen. Der schießt immer nur nach unten, und trifft mich nicht. Ah, trifft mich doch. Ich sehe nichts mehr. Na da. Da. Immer starten, start, pause, select, bringt nix. Gut. Geht das ein, keine? Ah, und jetzt geht es rein in die Basis, oder? Ah ja, da. Aufschießen da. So, rein da. So, das ist nicht ganz gut, eigentlich. Und droppen die Gegner, hier können ja nichts... Was soll das? Bin viel mehr droppen. Okay, da fahre ich jetzt mit dem Aufzug, und da kommen dann die Gegner runter. Erinnere mich ein bisschen an Turtles, da gab es auch so eine Szene mit dem Aufzug. Ich sehe mich nicht, ah, kontinuieren. Ja, kontinuieren, bitte. Ja, das ist also die typische Arkadestelle, wo man eigentlich nur sterben kann. So, da ist das da wieder, danke, und was. Ah, ich kann die Schüsse wegfeuern, oder wie? Mach da einfach Dorfeuer. Ah, jetzt bin ich angekommen, jetzt kommt eine Treppe. Aha, die rennen hier alle in den Tod. Ja, hübsch gepixelt. Die Gegner ist jetzt nicht die intelligentesten, aber hübsch gepixelt. Ja, das ärgert mich jetzt natürlich wieder ein bisschen in die Richtung, in die man geht. Das sieht man am wenigsten. Ah, geh. Batsch. Ja, noch ein Schlüssel, sehr gut. Ah, geh, schon wieder. Game over. Was ist jetzt komplett oder was? King continue mehr, nix. Ach, Menno. Was soll denn das? Ja, kann man auch zu zweit spielen, ist zu zweit, ja cooler. Gerade niemand zweiter da. Ich habe schon überlegt, ob man mal ein Zweispiele special machen sollte. Ja, ich probiere nochmal, eh es geben, 10 Minuten, 3 habe ich noch. Das mit den Schlüsseln am Anfang nicht ganz gecheckt. Was ist das mit diesen Dosen da? Check ich nicht ganz, kann ich nach rechts auch gehen, nein, nach rechts kann ich nicht gehen. Ah, zu weit nochmal gegangen. Warum ist der jetzt tot gewesen da oben? Weiß man nicht. Was haben wir da? Eingesammelt. Ah, ein besserer Schuss, glaube ich, oder? Was ist das Schönes? Keine Ahnung. Mehr Schlüssel, ja, her damit. Ich power mich auf, ohne Ende. Da ist irgendwas. Komm her, Panzer. Na komm schon. Komm on. Was ist los? Na komm. Wir wollten schon wieder rauskommen. Was gesehen? Na. Mit dem Flammenwerfer, der ist schon brutal. Aber man lernt dazu, also man kann sich hier steigern. Ich fühle mich jetzt schon wesentlich fähiger als vorher. Ah, da wie, nichts zum, kein Schlüssel. Ah. Bitte, Hubschrauber ohne Leben verlieren. Mit dem Flammenwerfer erledigt. Ich sehe, einen genaute Hubschrauber, den Flammenwerfer geben, finde ich schon ein bisschen seltsam, aber egal. Ah, Flammenwerfer ist eigentlich die beste Waffe. Wow. Wie habe ich denn das überlebt? Da gibt es einen Schlüssel. Da kann man nicht nach rechts. Ah, das ist da. Da hakt es irgendwie. Na, ne, geht es nicht nach rechts. Sagst du, man kann vielleicht nach rechts abbiegen. Ne, geht nicht. Okay, jetzt kommen wir, jetzt kommt da oben wieder irgendwas, glaube ich, oder? Da war irgendwas. Ich erinnere mich. Ja, die 10 Minuten sind schnumm, ich weiß. Ist mir egal. Ist ein gutes Game. Ich hatte eh irgendwie Bock auf ein Shooter. Ist genau richtig eigentlich. Eigentlich schon überlegt, wie ich heute eine Runde Fortnite zocke. Aber, ja, NES, die NES geht, spielt sich heute auch nicht von allein. So, ich spiele jetzt noch bis zu, mindestens bis zu einem Continuum. Ah, das schaffe ich jetzt nicht, glaube ich. Diese Stelle, da war einfach zu böse. Aber ich habe nicht mehr viel Schuss, sehe ich. Aha, okay. Ah, von dem habe ich wieder einen Endlichschuss. Keine Chance, ich stelle es einfach zu heavy. Geweck da, mit deinen Bomben. Man ranft da auf, weil es kostet nichts. Ah, ich habe einen zerstört, yeah. Ich war mir nicht sicher, ob das geht. Aber anscheinend ist es möglich. Da kann ich jetzt gleich wieder dir selbst mehr da. Ah, doch nicht. Man lässt mich, dass es besser gelöst wird. Ah, da ist wieder so einer. Ah, nein. Den konnte ich nicht blatt machen. So, da. Ah. Ausperren, ausperren, da. Extrasse einsammeln. Nein. Uah, es ist knapp. Sehr gut. Ein schreckliches Gemäzel eigentlich. Aber jetzt bin ich schon viel weiter als vorher. Man lernt dazu. Bin gern ein bisschen lernfähig. Ein bisschen. Oh, oh, oh. Es ist knapp, 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 knapp. Da kommt. Obenblatt machen, Seiteblatt machen. Ich habe so meine Gefühle, kommt bald wie ein Endgegner. Ich weiß es nicht. Wie ist es nur so, so eine Ahnung. Uah. Okay. War unnötig. Er ist schon wieder auf. Ich fahre jetzt wieder rauf, oder was? Wo geht sie jetzt hin? Ja, hinauf. Uah. Draufhalten, was geht. Yeah. Und der nächsten Sprenger auch gleich da. Weg damit. Gute Position, die ich da eingenommen habe. Jetzt kommen sie gleich wieder Gegner von der Seite. Ja, so ist es auch. Und zum Glück strunstumme Gegner. Ja. Da glügt mit meiner Position, mit meiner aktuellen. Okay. Wie geht es weiter? Wie geht es von oben, oder? Ist ja ein langsamer Aufzug. Komm mal an. Jetzt hält mir auf zum Schießen. Das nervt dir das Geräusch. So, da. Ah, Endgegner. 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 Wow. 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 Ah, das wird immer schwieriger. Wow. Ah, ja, 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 ja. Nicht schnell genug ausgewichen. Ah, okay, ich muss immer ein bisschen bewegen bleiben. Ich verstehe schon. Ah, das war zu wenig. Heute ein Continuer. Come on, ja, habe ich noch. Es ist ja gleich hinten, das spüre ich. Ah je, warum gehe ich denn rauf? Ja. Jawohl, das war's. Okay, kontinuierlich verbraucht, aber was soll's? Die zweite Eier. Heavy Barrel. Am NES, Leute. Absolute Zockenempfehlung. Da passt alles. Gute, alte Arcade Action. Das ist ja dumm. Das ist einfach nur dumm. Ich will wieder durch dieses zu ein Loch rausgehen. Ah, wie mit in der Oberwelt. Okay, ein bisschen zockig noch. Ah, da geht's schwierig. Wow, 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 wow. Was ist denn da hier los? Aha, und jetzt. Rechts. Nach links. Nach links. Oh, wow, 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 wow. oder dreist ja alles hier geht das ist echt schwer schlüssel einsammeln wieder fertig machen ich möchte ihn da ausschalten das ist mein anliegen persönliches aber ich gehe dabei drauf wenn man persönlichen anliegen einfach nur schnell diese passage hier überwinden ich glaube dies einfach hat noch ausgewichen sehr gut tschüss schnell durch die einzige strategie die hier mich im leben erhalten kann ich bin ja begeistert sich überhaupt so weit gekommen bin nein das war's gut das war's für mich herr wie beryl an es cooles geben muss man schon sagen an alle akade freunde da draußen unbedingt mal eine runde heavy beryl zocken zahlt sich aus gut haben mein end screen geht nicht warum auch immer versuch noch ein letztes mal ja es geht muss man sich ein bisschen aufregen ja wenn ihr was zu sagen habt über heavy beryl wie das so war damals dann rein in die kommentare damit dann daumen hoch da freue ich mich und natürlich da unten abonnieren falls ihr das nicht schon längst gemacht habt und da drüben gibt es natürlich gleich wieder mehr zum weiterschauen über 200 nes games habe ich schon gezockt danke leute bis bald